Oh shit, oh, Jungs, wo seid ihr, Mann? Stones-Männer, oh shit, oh, ich hab Angst, alle, Jungs, wo seid ihr, bitte? Jungs, Jungs, da! So, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu den heutigen Sparking-Sonntag-Community-Kämpfen in Dragon Ball Sparking Zero. Heute haben wir die Thematik Siegkrieger, das heißt, wir gehen nur mit Siegfightern in die Community-Kämpfe rein. Falls ihr mal die Chance haben wollt, in den Community-Kämpfen mitzumachen, so schaut gerne Sonntagabends in den Stream rein, twitch.tv slash osorostones, der Link ist in der Beschreibung. Lasst gerne einen Daumen nach oben auf das Video, als auch ein Abo auf dem Kanal, falls ihr die zukünftigen Videos nicht verpassen wollt und nun viel Spaß mit den heutigen Kämpfen. So, also, let's go! Ah, Kredin gegen Goku-Interaktion. Kredin hab ich auch noch gar nicht gespielt, aber umso geiler dann. Ich mach das gerne mit Thematiken im Sparking-Sonntag, dass ich halt ein paar andere Charaktere immer mal so probiere. Ich hab's richtig gesehen, hab's Relin After mit Star Trek. Das geht nach oben und dann... Ja, genau. Tenjinan! Ihr müsst euch von... Ihr müsst euch da von oben schützen, Leute. Glaub ich. Äh, wenn ich das wieder machen sollte. Oh, der ist direkt in Super Saiyan 3 gegangen. Tenjinan! Tenjinan, bitte! Tenjinan! Ich fall... Bin ich der Einzige, der Chaozoo feiert? Ich kann nicht der Einzige sein, oder? Tenjinan! Ich wofür, ich bin... Ich bin hier auf dem Weg. Ich bin hier auf dem Weg. Ich hab's auf dem Weg. Ich bin hier auf dem Weg. Ich bin hier auf dem Weg. Nee, das ist hier auf dem Weg. Bin ich der Einzige, der Chaozoo feiert? Nein, oder? Ich li- Ey, ich feier Chaozoo so hart, Leute. Wirklich. Tenjinan! Tenjinan, bitte! Nje- schau so ist heftig ich weiß warum ich bin größer zu fanboy ich bin stamina break gegangen nicht gut ja ich weiß nicht ob ich das so gut finde dass es von analog stick umgeändert habe drücken bin ich nicht so gut analog stick drehen bin ich besser möchte sein falsche ability gerade habe ich es gesagt ich habe verloren absolut verloren okay ich merke drücken bin ich nicht muss gucken wie ich das wie ich mich da verbessern behalten wie oft jetzt jetzt bin ich das hätte gar nicht sehen wollen was mit dem controller gemacht habe glaubt mir das wolltet ihr nicht sehen oh mein gott es ist der hidden chose main i guess it is boy ich Ich glaube es ist der Chosu Main. Die Attacke von Kredin ist echt auch wirklich gute aber man muss sich von oben schützen meine ich dann sollte man das parieren können. Die Attacke von Kredin ist echt gut. Unter Wasser kämpfen jetzt geht es auch ab hier. Stark. Boah Vater gegen Sohn. Das ist auch noch Super-Vegeta gegen Trunks ne. Also ist for real Vater gegen Sohn. GG Boy. Oh Trunks mit dem Drip. Geil OST. Let's go Trunks. Wie cool der Trunks aussieht. Geil OST mit mir. Ja dann klar komm. Geil OST. Oh Oh Kankerin keine Leute grabben vom Boden aus Tenjinan Ha 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 Tenjinan He Stark Oooh double grab So auch noch nicht gesehen ne ich muss sagen Jungenan Äh, Ida, was glaub er ist fit? Hey, Chouzu ist der Hidden Goat, Leute. Oh, sehr starker Swit. Vegeta mit Heiligenschein? Ist es ein Equip? Ist Vegeta mit Heiligenschein ein Equip? Ja, es ist ein Equip, geil. stark von oben geschützt gut gemacht amigo gut gemacht wieso habe ich ihn jetzt verloren ich habe auf ihn kaluken gemacht aber ich verlieh ihn einfach stark das war nice amigo was ein damals schalter wie geht er steht vor dir er steht vor dir wie geht so ja 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 Das war's für heute. Sie haben uns gewonnen. Wie ich bin! Wie der sich freut! Wie er sich freut! Wie er sich freut! Endlich hab ich kein Groton-Musik gesagt! Was, ich bin sicher. Viele spielen mit Trunks. Ja, Bass-Trunks ist gut. Oh, der Klinik ist bereit. Let's go, der Plutale-Sizei-Gin. Klinik ist mit mir? Yes. Die Antwort bleibt ja. Hä? Was war das? Was? Habe ich mich gerade selbst getroffen? Hä? Habe ich mich gerade selbst getroffen wegen den Gebirgen? Amit! Wenn ich mich gerade selbst getroffen habe, bin ich gerade selbst weiss. Wow, habe ich jetzt nicht gesehen, dass die Wand da ist, direkt. Ich wollte Dodon Punch, äh, Dodon Punch, ich will das mein Dodon Punchstrahl eigentlich ballern, nein, Tenshinhan, Leute, wir haben Chouzu verloren, shit, hat das was gebracht gerade? Das ist ja absolut nichts, ne, aber ich glaube der Amigo auch nicht. Ich sehe nichts, ich sehe aber gar nichts. Da wird einfach geschlägert, Alter, Hinterhof. Da wird einfach sich geschlägert. Alter, ich habe extra gewartet, dass er zuerst kommt. Alter, what? Oh Gott, der kommt mich aus dem Sidestep-Grabben. Wo gibt es denn sowas? Die Grabben doch nach vorne, der Kraft, oder nicht? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war's für heute. Shit. Wieso? War da doch gerade wieder eine Wand? Oder kann man dem Rückstoß entgegenwirken? Oh shit, ich hab den gar nicht kommen sehen. Oh, erinnere ich mich! Wieso? Ah! Oh ja. Oh ja. Oh jah. Oh ja, oh ja. Oh ja. Was war das? 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 Was war das, Krillie? Was war das? Krillie schreit einfach an. Ja, super. Das ist ja richtig geil. Ich weiß immer noch nicht. Wie ich das machen will, ey. Ich bin Stamina Brick. Ich bin Stamina Brick. Ich bin Stamina Brick. Ich bin Stamina Brick. Möben richtig, das ist ein Nopeo. Ich bin Stamina Brick. Was war das? Wie ist ein Panzer? Ich dachte schon, ich habe den nicht gesehen, als er wusste. Oh, der hat viele Chars, wenn er auch noch Roshi ausgepackt hat. Oh, der hat eine Brille, ich wollte das nicht machen. Stark. Ah, ah, okay, verstehe. Fuck, ich bin da echt nicht gut drin, muss ich echt zugestehen. Oh, okay. 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 Ja, das Auswechsen des Trottes dauert zu lang. Ich wollte schon längst auswechsen, Alter. Um dem zu entgehen. Wollte nicht die Galika machen. Oh. 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 Warum hat das nicht getroffen, guck mal, ähm, das war jetzt, warum hat das nicht getroffen, Digga, what, normalerweise connectet Kreis so oft und gut und immer ein, warte, der schiebt mich von hier nach da einfach. Bro, wie weit, wie breit Super Vegeta ist, ey, Super Vegeta sag ich, Super Vegeta, ich check nichts, kann ich aufstehen, bitte? Ich hab's, ich hab's, ich hab's komplett verkackt, ich hab's verwechselt mit was anderem, ey. Sag mal, ich spamm Explosionswelle, wieso aktiviert sich das nicht? Hä? Hat der auf dem jetzt schon irgendwas? Irgendwie sowas? Eins von beiden, irgendwas müssen wir haben, ne? Alles klar. Alter, was macht ihr mit euren Fingern den ganzen Tag, dass ihr so brutal seid damit? Wow! Hör jetzt mal. Jetzt wollen wir los. Jetzt wollen wir los. Er, jetzt packten wir noch ein燈��ritt. Erтер, also darf ich Hoye noch am 1965 werfe. Last Hope Jungs, Final Hope Category Chouzu. Final Hope Category Chouzu. Fuck, da hat nicht mehr viel gefehlt. Ja, der will mich jetzt nicht lassen, Final Hope Category. Chouzu, du kleiner Giftzwerg, Alter. Final Hope gestorben. Super Vegeta. Vegeta. Einfach falsche Taste. Vielleicht gibt's, I don't know. Piu. Alter, wir lucky. Hm. Was ist jetzt los, Alter? Ah, der hat dann auch noch einen Charakter. Dann nehme ich alles zurück. Pass. Ich dachte, es wäre sein letzter. Damn! Der hat ja kurz angetäuscht, Mann. Ich dachte, der geht, ey. In den weiteren String rein. Teleportationskamera kann man nicht blocken, aber man kann es easy ausweichen. Weil man es weiß. GG. Schon wieder Ultimate Gohan hier. Was sagt Trunks zu ihm? Er war Superhero Stance. Digga, du standest gerade vor einer Minute. Er ist einfach auf den Boden wieder gesetzt. Keine Ahnung. Bitte nicht dasselbe wie gerade eben. Oh, der macht auch Hiebe so von oben. Das war... Du warst viel zu schwach. Was? Ich war viel zu schwach. Was? Ich war viel zu schwach. Oh? Oh, 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 oh. Wie hat das nicht getroffen? Ich flieg einfach weg. Nein! Oh! Ich hab Trunks gerade noch irgendwie rausbekommen, ey. Kannst du mal aufhören, so dumm rumzuspringen, Alter? Was ist das? Sind wir beim Kämpfen oder beim Ballett? Perfekt. Warum zur Hölle konnte ich den nicht graben, weil ich einen Arm hab, oder was? Also, ich mein's ernst, das ist eine ernst, ernst gestellte Frage. Kann er das echt nicht, weil er eigentlich... Nein, oder? Der kann das nicht, oder? Bruff, äh, jetzt mal ernst, kann Gohan nicht graben aus dem Boden, weil er nur einen Arm hat? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ihr wisst, warum der wegfliegt, gell? Bruff, wie kann man nur so feige sein, bitte, ey. Es ist... Du führst einfach. Es ist offensichtlich, dass du gewinnst. Der verpisst dich einfach, Alter. Man denkt, es geht um 1000 Euro oder so, Alter. Ja, und jetzt wird's zeigen, was abgeht, ja, auf einmal, wenn ich nur noch einen Charakter hab. Das ist ja geisteskrank, Alter, wirklich. Ich will kämpfen, ich will das lernen. Die verpissen sich einfach, Alter. Das ist unglaublich, wirklich. Von dem hab ich auch mal sidestappen gelernt. Der Typ sidestappt sein Leben einfach. Hier, guck. Siehst du? Blum. Blum. Nein. Wie geil das mit dem Skin aussieht, aber... Oh mein Gott. In Kurschul, die Lampflanzab, wie geht's dir? Stark, Alter. Das kann man nicht blocken, kann das sein? Aber ich hab doch wilder Sinn gemacht. Wieso ist der mit dem wilden Sinn... Mit seinem wilder Sinn... Trotzdem... In die Ulti gedodged. Also, wisst ihr was ich mein? Äh, in den Angriff gedodged. Wisst ihr was ich mein? Wieso dodge er nicht seitlich nach wilder Sinn? Boah, ey, super Sinn. Zwei Gohan ist richtig cool, muss man sagen. Nicht wild genug. Ich war nicht wild genug. Überleg mal, Future Trunks und Future Gohan... Oh! Ich wollte gerade sagen... Alter, ich wollte die Konversation lesen. Aber was ich sagen wollte, überleg mal, Future Trunks und Future Gohan würden sich fusionieren. Vorbei. Wie viel Arme hat... Oh, ich weiß, ehrenlos, sorry. Wie war ich? Absiros... Oh, ich weiß... Wie viel Arme hat... Mein Wilkommen ist... Kann Chance nicht greifen, doch. Bevor er den aktivieren kann, nehme ich jetzt. Warte, jetzt ist es eine gute Übung für mich. Was mache ich dagegen? Das ist ein bisschen delayed, muss ich ehrlich sagen. Das kann doch nicht sein. Woher habt ihr auf einmal gelernt, was man gegen Sparking Mode so machen kann? Das kann beim besten wenig sein, Digga. Auf einmal kann jeder Sparking Mode abwehren. Okay. Okay. Oh. Okay. 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 Oh, hey, ich bin. Okay, ich bin. Okay. Ich bin. Okay, ich bin. Guck mal, warum habe ich da jetzt verlernt, dass du dodgen, ne? Stark Komisch, wie ich immer so mitgehen mit dem Charakter, ne? Oh, er hat es geschafft, da rein zu gehen, aber jetzt mal kurz aufpassen Damn Ich muss mich an Vegeta's Combo-Strings wirklich gewöhnen Oh mein Gott, wie habe ich das gewonnen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gewonnen habe, ey Wirklich Oh, wie cool Hat sich für Chogon geheilt? Der ist doch, der ist schon halb tot, hat einfach einen Charakter von mir genommen Der wird instant switchen, instant wird er switchen Guck, guck, guck Guck, guck Wuh, Glück gehabt Wo ist der? Wo ist der? Das ist eigentlich auch gut, wenn man sich in Swargo Mode catchen lässt Kontert und dann die Ulti rauskommt Der ist wieder Wie ist das? Das ist schnell wieder Ah, mit Ah, mit seinem Skill Ne, ok Alles gut Oh mein Goooott Hat ich da gerade Glück Warum kam da kein Follower, Vegeta? Ist so dumm Piuuuu Da das nur 2 Kick aus hat, ist richtig stark, finde ich Bei Vegeta Ist mein Wildersinn noch aktiv? Ich dodge seitlich Falsche Attacke, man kennt's Wow, OZURU Ich wollte eigentlich Ulti zünden Koku da Tuiya Oh Bigguman Atacke Gigi, das war ein nice Kampf War ein schöner Kampf von dich Hey Skoku, let's go Er will die Vergangenheit retten Lass einfach fallen Trunks Ja, nach allem, was du erzählt hast, werde ich unsere Zukunft ändern Hm Hm Oh, nice MacGlovin MacGlovin macht keinen Spaß Ich seh's MacGlovin macht keinen Spaß Stark MacGlovin macht keinen Spaß MacGlovin Komm her Hm Einmal 24 Nuggets Oh Ja, wie Genki Menki Und was ich auch scheiße finde ist Das ähm Ich hab ja das Fusionsrad schon abgeholt Und wenn er einen anderen eine Animation Wow, MacGlovin Wenn er einen anderen eine Animation macht, das dann abbricht Perfekt Trunks MacGlovin, bitte Pfff, sehr stark Ich sollte es mir Ich sollte mir mal aneignen, dass ich Nach dem so Grab oder so Mist Dass ich äh Auch ein Key Explosions zuerst rein mach Damit die das nicht kontern können Weil viele warten darauf Inklusive mir Ich warte darauf einfach, dass ich da kontern kann Wie bin ich da rausgekommen, ey? Ja, alter, der wird mir eine Genki-Dama raus äh Äh, zünden Das wird sogar Die Charaktiere auf der Bank treffen, alter Nach dem, was er da gepusht hat Wenn er ist... Da Leonardo interpreted ... Nein Stark, stark, stark. Ich warte. Ich will nicht, dass der Second um mich einfach mit der Gankidama bricht. McLovin! Nein, er hat's geschafft! Alter, wie viel Charme wird das machen? Er hat das 3-4 Mal geboostet. 40k? Also, 1-Shot bin ich safe. Wie ich mach das? 30k. Okay, 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 okay. Das wird eine Liebesbombe, ja? Safe. Da hab ich irgendwas gemacht, du möchtest. Ich glaube, das ist korrekt. Ich glaube, das ist korrekt. Ah, okay. Okay, nice. Ich dachte, das connected nicht. Boah, wie der Chunks auf den Boden schwe... Gohan! Bro, wie ehrenlos hat er den auf den Boden geschmissen. Als wäre das so der letzte Dreck einfach. Der Sightsep war nice, Alter. Stark, stark, McLovin. Es ist Vegeta-Technik! Okay, shit. Damn, mein Timing zum Connecten muss besser werden, dass ich danach zum Beispiel Angriffe connecte. Es muss besser werden. Ja, Revenge-Counter finde ich, ich habe jetzt gerade Revenge-Counter aktiviert, aber ich finde das überhaupt nicht nützlich, Revenge-Counter. Es sei denn, ich benutze es falsch. Stark, alter McLovin. Ganz ehrlich, McLovin fordert mich gerade gut, muss ich ehrlich sagen, aber in der in Sicht, natürlich die anderen fordern mich auch, die mich zerfetzen, aber er fordert mich in der in Sicht, dass ich halt auch was lernen kann dabei oder halt zumindest Contra geben kann und nicht direkt verreckst. So, weißt du was ich meine? Wasser gepanickt einfach. Jetzt. Ja, wieder. Timing wieder verhauen. Das meinte ich. Da, da muss ich. Danach kann man doch das bestimmt connecten, aber ich meine, Skills kommen zu spät einfach. Der geht da, der steht einfach unter dir. Kannst du mal da reingucken? Dass ich da die Kombo nicht irgendwie fortführen konnte, das war ja ganz komisch. Das war nice. Ich finde die Super Deck ganz gut von Vegeta. Hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht, aber gut. Hat er sein Ding bekommen? Ich muss den Vegeta-Vegitas-Kombo-Strings besser angucken, weil ich hasse das, wenn er da den Gegner wegteleportiert. Bin überhaupt kein Fan davon. Das war ein sehr starker Sidesceptica. Okay, oh, der hat die falsche Bitte gedrückt. Ja, der wollte after- Nein! Ich lasse den nicht. Wohohoho, GG's. Das war nice. Das war nice, Alter. Danke für alles, Mutenloschi. Ich glaube, ich bin einen Schritt näher dran, so zu werden wie mein Vater. Ganz ehrlich, so fühle ich mich gerade nach dem Kampf. GG, das hat echt Spaß gemacht. Safe. Piccolo, ey, das ist zum ersten Mal, dass jemand Piccolo nimmt. Trainierst du mit mir, Piccolo? Frech, Piccolo? Uiuiuiui, Appetitäppchen. Geiler Name, definitiv. Aber... Wie ist die Verbindung? Oh, das war ein sehr... ...schöner Sidescent. Jetzt geht es... ...drama der Wider. before dieser . ... ... ... ... ... ... ... ... Boah ey, Schwanckseine Superdeck sieht wirklich richtig gut aus, muss man schon sagen. Oh mein Gott, wie Damage hat denn das gemacht, wie viel Damage hat das gemacht, bitte, einmal von oben so herabspucken. Hm. One. Oh, die Inputs sind ein bisschen Delayed? Ganz bisschen delayed, tatsächlich Wo ist der? Ich seh nicht Ah, da hat er falsche Tasten gedrückt Habe ich die Ulti noch rausbekommen? Ich weiß es gar nicht Vater gegen Sohn Trunks Farwell Trunks Bulma And yes, even you Kakarot Ich geh da hinter die Sanzo Ich seh gar nichts Bruh Was ist jetzt los, Alter? What? Was war das? Ja, genau, ich check's auch nicht Ich will hier raus, Alter Ich seh nichts im Wasser, ohne Witz Ja, deswegen, ich wollte ihn da eigentlich gar nicht angreifen Weil er mit der Contarchance einfach die Free-Ulti zünden kann Den Chin-Han Final Hope Kategorie Soh, wie ist das aus? Was ist das? Schön, eventuell Ich seh nicht Was ist das? Es ist das? Soh, ich bin Das ist krass mit Trunks ein Shirt, weil das ist ja, man kann sich da eigentlich nicht schützen, ne, wenn man das voll auflädt, Dreieck. GG, Boys. Oh, nice.